Das ist doch fast perfekt, der Halt. So, dann öffnen wir mal die Türen und lassen die Fahrgäste einsteigen. Ja, das ist doch, würde ich sagen, perfekt. Hier ist mein Zug. Ja, also noch perfekter, finde ich, kann man gar nicht halten. Jedenfalls jedes Mal, wenn ich gespielt habe, ohne aufzunehmen, bin ich nie so perfekt angekommen. Seek Permissions to pass the signal ahead with the Tab Key. Also, wir sollen anfragen, ob wir das Signal überfahren dürfen. Mit dem Tab Key, Entschuldigung. Genehmigung zum Überfahren des Haltezeigenden Signals erteilt. So, dann fahren wir mal an. Zugbeeinflussung. Ja, ja. Zugbeeinflussung. So, da soll gleich irgendwo ein Signal kommen. Ich glaube, das da vorne, was irgendwie kaputt ist, da muss ich dann wieder um Genehmigung bitten. Genehmigung zum Überfahren des Haltezeigenden Signals erteilt. Weil da kommt nämlich schon die nächste Station, wo wir halten müssen. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Geschwindigkeit raus. Wir müssen eh gleich bremsen. Ich würde sagen, wir nehmen mal die Geschwindigkeit raus. Oh, 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 oh. Na, das könnte, könnte eng werden. Ah, bin ich schon übers Signal hinausgeschossen. Gefällt mir nicht, aber okay. Kann mal nichts machen. Obwohl, ja, doch, das geht noch. Also, die können selbst im ersten Waggon einsteigen. So, ich habe grün gehabt. Das heißt, ich darf jetzt weiterfahren. Ich habe einen Pünktlichkeitsbonus von plus 146. Na ja, gut, könnte ein bisschen besser sein, aber wollen wir uns mal nicht beschweren. Was ist denn, ähm, Abteil los? Hm, nicht viel. Er guckt so ganz gelangweilt aus dem Fenster, was sie macht. Ja, keine Ahnung. So, jetzt haben wir noch eine Strecke und zwar, ja, Siegenhauptbahnhof. Den wir eigentlich in einer Minute erreichen sollten, den wir eigentlich in einer Minute erreichen sollten. Na ja, schauen wir mal. Oh ja, da kommt er schon. Das heißt, ich könnte gleich wohl schon mal so ein bisschen mit der Geschwindigkeit runter. Ja, Zugbeeinflussung. So, wir bremsen einfach schon mal ein bisschen ab. Damit wir hier so ein bisschen ab. einigermaßen gut zum Stehen kommen. Und das, ja, das sieht sogar noch besser aus. Ja, perfekt, würde ich sagen. Eine perfekte Zugeinfahrt. So, wir öffnen einmal die Türen. Und damit haben wir dann dieses Szenario abgeschlossen. Und damit verabschiede ich mich schon mal von euch. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst euch jetzt mit den letzten Impressionen von diesem Bahnhof alleine. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage Bye-Bye.